Von Bremen nach Klagenfurt. Michael Ceterer ist im Frühjahr die neue Nummer 1 der Austria. Bei den Violetten fühlt sich der 23-Jährige so richtig heimisch. Ja, es ist auf jeden Fall heimischer als Bremen für mich, weil ich aus München komme oder südlich von München. Deswegen ist das mit den ganzen Bergen und alles, fühlt man sich ein bisschen heimischer. Michael Ceterer erweist sich als sicherer Rückhalt. Nur mit traumhaften Treffern wie diesen konnte er in drei Spielen zweimal bezwungen werden. Der Torhüter gibt das Kompliment an die Vorderleute weiter. Desto weniger wir zulassen, desto besser ist es für unser Spiel. Ich würde mich dann auch über die ein, zwei Bälle vielleicht pro Spiel freuen, die ich halten kann, dass ich einfach zeigen kann, was ich kann. Und einfach für mich auch wichtig, dass ich wieder die Sicherheit bekomme mit Aktionen im Spiel, ist auch klar. Aber wenn es jetzt jedes Spiel so weitergeht und wir nicht verlieren, dann ist es auch okay. Trainer Robert Micheul will nach dem späten Ausgleich gegen Wattens den Schwung mitnehmen und hofft auf ein Erfolgserlebnis bei den Amateuren von Wacker Innsbruck. Mein Ziel war es, aus diesen beiden Spielen gegen Wattens drei Punkte zu holen, jetzt haben wir vier, es passt. Aber ich glaube, die wichtigen drei Partien kommen jetzt mit den drei Amateur-Mannschaften und da müssen wir wirklich punkten. Wir müssen uns wirklich vor gar keinem verstecken und die ersten drei Spiele, glaube ich, haben das gezeigt, dass wir da sind und wirklich Qualität in der Mannschaft haben. Wir wollen alle, wir wollen alle, alle!